Servus, die Mahlung, Karrierseichte-Burm. Ich bin heute wieder allein unterwegs. Unser männliches Muskel ist noch etwas verkühlt. Ich hoffe, wenn er das Video sieht, ist er schon wieder gesund. Ja, was mache ich heute? Ich bin am Spitzerberg unterwegs. Ich möchte den ganzen Kamm um entlang gehen. Für Nachmittag ist etwas schlechteres Wetter mit Regen angesagt. Da nutze ich das noch aus. Es ist jetzt 12 Uhr und während ich hier jetzt filme, ich stehe in einem Meer von Pfeilchen dieser Duft gigantisch. Gut, aber das hält uns nicht auf. Wer mitkommen will, ist natürlich wie immer herzlich eingeladen. Gut, gut, gut. Da unten dürften sich auch schon einige Bär-Lagerfeuer gemütlich gemacht haben. So wie es aussieht, dürfte es sich doch etwas früher zuziehen, als ich gedacht habe. So, wir sind wieder beim blauen Steinbruch angekommen. Ein Blick auf mein Hausbergerl und hier, da vorne hin, wollen wir hin. Und hier das Kuscheln und auch hier eine Höhle. Und der blaue Steinbruch, den kennt ihr auch schon aus anderen Videos. So, ich werde heute mal den Dreck mitlaufen lassen. Schauen wir sich dann zu Hause mal an, wie das aussieht. Wir haben den Spitzenberg erreicht, natürlich auch das Naturschutzgebiet. Und es geht weiter. Das Bankerl steht auch noch, da habe ich auch schon mal ein Päuschen gemacht. Schauen wir mal, was da noch daraus wird. Ich habe einen Nachschub. Das sollte ja mal reichen, und weiter geht's. Anderem Ende von Spitzerberg. Schauen wir mal, vielleicht sind wir ein paar Paragleter. Hier sind auch ein paar ferngesteuerte Modellflieger unterwegs. Ja, ein paar Paragleter sind auch noch da. Das Wetter über meinen Bild ist auch noch sehr bedenklich. Der Kerl sieht mich nicht. So, dann halten wir mal. So, schauen wir an den gepflegten Plätzchen. So, na ich denke, hier werde ich mich mal niederlassen. Und heute gibt's mal leckere Pfannkuchen. Aber die Pfannkuchen, das ist ja bei uns in Österreich. Bei uns in Österreich Palacci. Aber das sollte auch gleich eine Frau werden für den Sascha. meine baller trinken eine ist ja schon fertig sehr gut echt lecker und dann ist alles wieder gut und los geht's Zeit für ein Kiefchen Prost heute ja und auch das Stöpfchen leistet ganze Arbeit Dankeschön Plätzchen jetzt gehen wir wieder nach Hause das Wetter hat doch noch durchgehalten sogar wieder die Sonne ein bisschen ausgekommen jetzt sind wir wieder am blauen Steinbruch weiter die Sonne 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 1,2,3,4,5-4,5,5,5-4,5,5,5-5,5,5,5,5,5,5,5,5,1.